Jedes Jahr entwickeln Unternehmen Millionen von Innovationen. Einige haben Erfolg und verändern die Welt. Andere verschwinden wieder, bevor sie ihr Potenzial jemals entfalten konnten. Keiner hat je eine Innovation erschaffen, um zu scheitern. Aber es gibt immer Ideen, die den Durchbruch schaffen. Unternehmen, die die Welt verändern. Wie kommt das? Erfolgreiche Innovation erfordert viel Durchhaltevermögen. Fokus, Visionskraft, Überzeugung, eine großartige Produktstrategie und ein bisschen Glück. Oder eine Innovationsstrategie, die auf handfesten Daten basiert. Daten, die Ihnen eine klare Antwort darauf liefern, welche Innovation für Sie das größte Zukunftspotenzial hat. Genau dafür haben wir den Trendmanager entwickelt. Der Trendmanager hilft Ihnen, Trends und Innovationen zu identifizieren und zu bewerten. Er liefert Ihnen Einblicke in die Entwicklungen in Ihrer Branche und darüber hinaus. So können Sie die optimalen Innovationschancen identifizieren und auf die richtigen Innovationen setzen. Damit Ihre Innovationen regelmäßig zum Erfolg werden. So wird Innovation systematisch. So wird Innovation planbar. Lassen Sie uns erfolgreich innovieren. Mit dem Trendmanager. Lassen Sie uns erfolgreich innovieren. So wird Innovationen geliefert. So wird Innovationen geliefert.